Ich habe hier die Zahl 46. Die Zahl 46 hat eine 4 in der Zehnerstelle. Hier ist die Zehnerstelle. Das kannst du dir hier unten auch noch mal bildlich anschauen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Zehner hingemalt. Also, das hier ist ein Zehner. Und das hier ist auch ein Zehner. Und das hier ist auch ein Zehner. Und der hier auch. 1, 2, 3, 4 Zehner. Aber, außer den 4 Zehnern hat die 46 auch noch 6 Einer. Da steht eine 6 in der Einerstelle. Und das siehst du hier auch noch mal bildlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einer. Ich könnte also auch schreiben, anstatt dieser 46 hier, könnte ich auch schreiben, dass 46 das gleiche ist wie 4 Zehner plus 6 Einer. Okay, so weit, so gut. Jetzt möchte ich was Interessantes machen. Und zwar würde ich gern von der 46 etwas abziehen. Also, ich schreibe die 46 mal noch mal hin. Die 46. Und ich ziehe davon jetzt mal 4 Einer ab. 46 minus 4 Einer. Und ich weiß ja jetzt schon, da wird ja wieder irgendeine Anzahl an Zehnern rauskommen. Und da wird auch wieder irgendeine Anzahl an Einern rauskommen. Irgendeine Anzahl an Einern. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal offen. Und dann gucke ich mal, wie ich jetzt rausfinde, wie viel 46 minus 4 eigentlich ist. Also, ich ziehe jetzt hier 4 Einer ab. Und das kann ich in dem Bild ganz gut machen, indem ich die jetzt hier einfach durchstreiche. Zack. 1, 2, 3, 4 Stück weggestrichen. Und jetzt zähle ich einfach in dem Bild wieder, wie viele Zehner habe ich jetzt noch übrig und wie viele Einer habe ich noch übrig. Also, ich habe noch 1, 2, 3, 4 Zehner übrig. Da hat sich nichts dran geändert. Also kommt hier eine 4 hin. Und jetzt aufgepasst, was ist mit den Einern passiert. Es waren vorher 6, aber jetzt habe ich nur noch 2 hier. Also kommt hier eine 2 hin. Also ist 46 minus 4, bleiben noch 4 Zehner und 2 Einer. Weil 6 Einer minus 4 Einer macht 2 Einer. Ich könnte also auch schreiben, dass 46 minus 4 46 minus 4 das gleiche ist wie eine 4 in der Zehnerstelle 4 in der Zehnerstelle und eine 2 in der Einerstelle. Die 2 steht hier deswegen, weil ich von der 6 in der Einerstelle hier 4 Einer abgezogen habe.